Herzlich Willkommen im Denderas Mallorca Journal. Als erstes möchte ich mich gerne vorstellen, ich lebe und arbeite auf Mallorca. Hier habe ich mein Beratungsinstitut. Ich möchte Ihnen aber auch Bilder zeigen über Mallorca. Wir sind gerade im Ort El Toro. Die Bucht von El Toro. Das ist ein Naturschutzgebiet. Hier ist ein Aussichtspunkt. Mirador El Toro. Das sind die drei kleinen Inseln. Ilia del Toro. Ilia del Toreto. Ses Barbines. Hier sind die drei kleinen Inseln sichtbar. Aber wie ist die drei kleine Inseln. Regiment war ist die drei kleine Inseln zwei verschiedenen Inseln. Wieder die Insel, Ilja del Toro und Ilja del Torreto. Diese Steinmauer ist ganz typisch in Mallorca und diesen Weg führt nach oben. Ein Blick von oben. Blick auf das Meer und auf die Insel. Im Hintergrund ist der Ort Santa Ponza sichtbar. Hier sehen wir Santa Ponza. Hier beginnt der Weg. Die Naturschutzgebiet. Und mit diesen Bilder möchte ich verabschieden. 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 Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.